so parisaurus du bist doch parisaurus hallo männlicher parasaurus hier den will ich haben der ist level 10 felix kommst du rüber dann kann man dich essen aber ich würde zuerst zuhauen mit der keule ich denke das ist stärker ich hatte die keule in dem inventar ist okay er hat ja schon nicht gefressen deckt sich die karte irgendwie weiter auf ja so kacke warum renne der etwa an mir vorbei kommt zurück ich weiß nicht wohin er schwimmt irgendwie nicht von mir weg so richtig wir treiben ihn einfach nach hinten ich bin wieder zum strand her gedacht können sie wenn sie meinen meinen zeug mich finden ich weiß nicht wo du bist momentan sind sie dabei ein dino zu zähmen wir sind auch noch relativ am anfang von daher wo ist er denn im wasser noch haben getroffen das hat ewig weit hochziehen durch die entfernung ich glaube der wird in dem wasser bewusstlos auf den draufhauen wo rennt ihr hin holy moly er muss noch eine andere option geben war noch nie komplett drauf so schnell auch nicht ändern ich schwimme zurück ja aber ich habe die falsche seite gewählte wahrscheinlich muss ich darüber und das ist das eck war am vollenden kopf kannst halt wenn du sprint es nicht zu schlagen ist ein bisschen ein problem ja mit der zwiller kannst du schießen werde ich bin das da während du sprichst nicht ja während du sprichst nicht nein weil er dann aber aufhört zu sprinten piranha es geht doch auf den der blut der mich hier rein das ist doch hey 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 ich bleib mal hier drüben falls er wieder rüber kommt mir das monster splinter also vorher zumindest ich prügel ihn ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn mit dabei ich habe auch bären alles gut da rein achtung da ist noch was aber seht doch nichts mehr sehr schön direkt noch ein bisschen leder hier so wie siehst du hier aus 7 1,8 prozent bewusstlos der aktualisiert sich auch ehrlich gesagt nicht der aktualisiert sich nur wenn du sachen erkundet ja aber ich laufe hier in fünf verschiedene richtungen es passiert nix moment mal ich glaube ich weiß wie man ist ein narkosemittel benutzt ich gehe noch mal das narkosemittel holen auch wenn ich am anderen ende der map bin und keine ahnung habe wo ich bin und mich alleine fühle und schon wieder angegriffen werde das ist geil bei google umfragen app da kannst du anklicken wo du es letzt warst dann habe ich angeklickt jetzt aus der sparkasse und dann gibt es als option ich bin dort rein und habe nichts gekauft das soll ich nicht bei der sparkasse kaufen jetzt ist hochgang hast du gesehen bewusstlos ist gerade hochgang der balken du hast nicht drauf geachtet ne ich habe nicht drauf geachtet na dann sehe ich ein bisschen die map das einer sieht aus wie so ein gesicht genau wir sind halt da unten an dem an dem ende von dem dingens haben noch nicht viel von der insel erkundet ich glaube das gesicht mit dem maul das ist das wo wir vorhin gejagt haben wo wir den den anderen dino gejagt haben okay ich sterbe jetzt noch mal gut dann komme ich wenigstens vielleicht für deine titanomian wurdest du getötet und nicht voll einfach zu egal ich bin natürlich gerade in die falsche richtung gelaufen ach du meinst ach du meinst das weiße ist äh seegebiet ich denke das weiße ist land und das blaue ist mehr jo naja und dann sind wir genau an dem maul ich kann was mit dem maul ist das ähnliche ich glaube ich weiß was du meinst ich habe das andere spaziert aber es könnte natürlich sein dass wir an dem maul sind weil rechts von uns ist eiland das ist küste und ich dachte wir sind an dem an den dicken knuppel quasi damit ich von dem ganzen quatsch ist weil wir schon nach links gegangen sind vorhin wird zum zum finden von dem anderen fiech wir stehen hier wir stehen hier und zähmen werden wir uns unterhalten oder fach sind wie die karte zu interpretieren wir machen männer gespräche ich kann gleich zu euch kommen und ich meine wir sind wenn man die kästchen abzählt sind wir zwischen 1990 und 80 und 30 und 40 direkt an dieser landspitze oder ja ich denke ein sozusagen rechts unterhalb davon ist denke unsere basis genau und ja da ist nichts und auf der auf der x-achse 30 zu 40 steuerung also ich knuddel schon mal mit unserem mit unserem dino mit meinem hier schon mal dran gewöhnen mich an mein geruch her umjum 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 an mein kleiner Ich darf auf dem langsamen Dino rumreiten So viel scheiße verteilt Nö, den geben wir Lumi Mein Schatz Den will die Lumi haben, der der am schwersten, aber dann machst du den Meister, ich stelle mich daneben, macht Fotos Ich würde sagen, der der die meiste Arbeit macht, darf auch entscheiden, wer es kriegt Und bei dem hier würde ich behaupten, habe ich mit die meiste Arbeit gemacht Achso Würde ich schon sagen Komm schon, 99,6% Ich höll mal kurz, ich höll mal kurz die Zwiller und Benennen deinen Parasaurus So, benenn ich den jetzt einfach Habt ihr Namensvorschläge für unseren Parasaurus Simba Tortok Bisasame Ne, wenn du damit anfängst, nenn ich ihn so Dann nenn ich Ein Relaxo Ne, Relaxo passt ja nicht Dafür ist er nicht fett genug So, wo ist jetzt mein Sattel? Da ist der Sattel Zack Auf geht's Wie bist du? Ich komme gerade, angeritten Ich komme angeritten Wo? Hier Dreh dich um Komm her Bam, bam Der ist ja schnuffig Ja, ne Steh vor Lumi, ich weiß nicht, wo du hinguckst Felix Du bleibst verwirrt im Kreis rum Ich jag gerade einen anderen Dino Wollen wir gleich noch einen? Hier ist gleich noch einer, Benni Kannst du auch mal reiten, auch mal reiten, Schigi Benni, hier ist gleich noch einer Ja Ich würde jetzt nicht noch einen anfangen Guck mal auf die Uhr Felix Ich würde den erst auf das nächste Mal von Tagen aus Dann haben wir gar keinen Sattel mehr für den Den brauchen wir erstmal Leder Für den nächsten Sattel Ja Oh, der trippelt aber süß Ich brauche erstmal Leder für meine Zwiller Guck mal auf die Ausdauer oben Du kannst echt ewig mit dem Im schnellen Modus Reiten Dafür ist er aber im schnellen Langsamer als Kehrer Kannst Bewegungsgeschwindigkeit Ja, der kackt auch auf Kannst Bewegungsgeschwindigkeit noch steigern Aber lieber konstant So einen mittelschnellen Gang Als alle 5 Meter anhalten müssen So Guck mal, er kuschelt mit Kira Sie mögen sich Leder Verhalten Ich habe glaube ich kaum noch Leder Ich gebe es die gleich Ich habe Leder Folgen deaktivieren So Das habe ich hier noch an Leder Hier Ich habe 13 Leder noch rausgeschmissen Mehr habe ich nicht Ja Wenn ihr euch einander zuhören würdet Hättet ihr gemerkt Dass die Lumi schon Wir müssen mehr Dinos töten Wir müssen Ne Das ist wenn du ins Wenn du ins Inventar guckst Kommt die Bewegung Lumi Eben Das ist die Bewegung Aus meiner Perspektive sah es echt aus So, hast du gerade so ein richtiges Facepalm Das ist wenn du Tab drückst Nein, aber Ja gut, aber aus der Perspektive sah es Das sieht echt aus wie ein Facepalm Das wäre so cool gewesen Leider gibt es glaube ich keine E-Modes Gibt es glaube ich keine E-Modes Gibt es glaube ich keine E-Modes in der Richtung So, du kannst ja nichts mehr klippen leider Das sind deine Füße Das ist das Das ist das Das ist das Das ist das